Kunst von Joe Brockhoff Gezähmter Busen Ebenfalls aus der Bildserie Industriewürde erhebt sich in der Bildenmitte an mutig ein Schaufensterpuppentorso, der sich auf den weiblichen Busen konzentriert. Der Büstenhalter wird gülden und glorreich in die industrielle Moderne eingeführt. Ein Wesen für sich, der moderne B.B.H. Produkt eines Meisterdesigners, männlich, der die weibliche Brust zur Skulptur erklärt. Eingrahmt in stählenden Trägern, seigenglänzend, die weiche Brust auch verdeckert. Mit stützenden Ornamenten umrahmt, nichts kann die Brust darunter mehr erreichen. Sie ist sichergestellt, ikonisiert, zum Statussymbol verkehrt, zum eigenwilligen Merkmal einer Weiblichkeit deklariert und gefeiert. Millionenfach wird sie von weiblich anmutenden Androiden im Hintergrund produziert, geprüft und in pinke Ausführungen auf das Fließband gelegt. Aber wie kommt das Baby an Mutters Brust wahr zu? Auch dafür ist gesorgt. Der Busen bleibt schick unter Verschluss, denn die Industrie hat sich Gummi und Plastik einverleibt. Und zur modernen Unbrust-BH gesellt sich nun auch der Schnuller, die geduldige Brustwassen-Imitation aus Gummi und Plastik. Schöner und stabiler als das Original, legt der Kunstnippel dem Kleinkind schon die Sucht nach dem Saugprodukt in die Wiege. So schön, dass Mutter Busen gefälligst in der riechenden, unhygienischen, wildwüchsigen Natureigenschaft verderben möge. Unperfekt der Weibes Busen nur noch für des Mannes sexueller Blust jung zu gebrauchen. Das moderne Baby schnullert hingegen farbenwo auf den gekauften Nippeln. Sein erstes Eigentum zelebrierend eben den Schnuller. Ach ja, nun das Brust bleibt ja eh verpackt. Tunlichst dem Blicke des Heranwachsenden verborgen, dank entsprechender begleitender Moral und Sissinnlichkeit. Doch Jahrtausende natureller Tittenerlebnisse sind trotz Moderne nicht aus dem Gedächtnis zu kriegen. Ach ja, dann machen wir aus der Form eben etwas anderes. Die Bombe. Millionen von Bomben. Eiserne Brüste mit zündfreudigen Nippeln an der Spitze. Perfekt. Sie erinnern uns an Leben und Tod, elementar wie die weibliche Brust. Aber Vorsicht. Kein Tröpfchen laberner Mutterwilch ist der Bombe zu entlocken. Nein, kapiert, sie explodiert. Sie ist die Antilebenssensation der Menschheit. Zerstört in Sekundenbruchteilen, was Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hat wachsen und erblühen dürfen. In einem gewaltigen, kurzen Feuers- und Flammenerlebnis zeigt die Bombe der lebensspendenden Titte ihre überlegende Macht. Ein unwürdiger Moment in der Industriegeschichte in diesem Bild. Liebe Überlebenden, kommt wieder zurück an Mutters Busen. Unser Naturell ist es auch in seiner unperfektesten Form immer noch das beste Design aller Zeiten. In den 70ern endlich warf die Frau das Busengehege focht. Mit dem Schnuller sind wir auch schon auf der Spur. Da tumult sich Krebsgefahr im Formalde hübt. Danke, dass du meinen Kanal besucht hast. In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere Videos mit Kunst von Joe und anderen Kunstschaffenden hier veröffentlicht. Abonniere kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke, um diese nicht zu verpassen. Bleib kreativ!